Samstag, 6. April in Köln. Wir stehen hier auf dem Heumarkt. Es ist ungefähr halb drei und heute ist hier eine Demo zum Thema Wir wollen wohnen. Und es geht insbesondere darum, bezahlbaren Wohnraum für Menschen zu schaffen bzw. zu erhalten. Wir werden jetzt mal rumlaufen und Leute fragen, ob sie vielleicht die Ursachen benennen können, warum die Miete steigt. Hallo, guten Tag. Darf ich Sie fragen? Hauen Sie bitte ab. Ich soll abhauen? Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen zu dem Thema heute hier? Auf gar keinen Fall. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen zu dem, was passiert hier heute? Nee, danke. Warum nicht? Soll ich Sie als Ordner mal fragen, was hier passiert in Ihren Augen? Nein, dürfen Sie nicht. Okay. Wollen Sie mit uns reden? Worum geht es denn heute hier? Würden Sie mit uns sprechen zu dem Thema, was heute stattfindet hier über Mieten, Wohnungen? Ich bin von der AfD im Landtag und wir machen... Dann nicht? Gerade wollten Sie noch. Habe ich jetzt persönliche Ordner bei mir? Ja. Ja. Macht das was aus, mit wem Sie reden? Das ist eine asoziale, faschisteide Partei. Oh Gott, ehrlich? So schlimm ist das? Ja, so schlimm. Sagen Sie mir einen Punkt, warum. Er hat etwas verbindet. Manche mit dem Kind von Meitere Häusern und der Müller-Armarkt. Da vorne haben wir den Landtagsabgeordneten Kostiski von der SPD. Herr Kostiski, wollen Sie mit uns sprechen vielleicht? Dann lassen Sie mich bitte in Ruhe. Aber gar keine Zeit dafür? Für Sie habe ich keine Zeit. Das tut mir sehr leid. Nein. Ich muss Ihnen auch sagen. Nachher vielleicht? Nein. Okay, dann lassen Sie. Wir können im Landtag miteinander reden. Machen wir das so. Aber dann haben Sie ja keine Argumente. Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Nächste Woche bin ich doch da. Wir treffen uns nächste Woche im Landtag. Da freue ich mich drauf. Ich freue mich nicht drauf. Das ist jetzt eine Demo, die sich irgendwie ziemlich klar gegen rechts richtet. Gegen rechts? Ja, natürlich gegen rechts. Das ist für ein Grundrecht auf Wohnen für alle Menschen. Unabhängig von Herkunft. Also hau ab. Wirklich? Ja, genau. Wenn wir von der Demo weggehen, haben wir schnell. Aber das ist doch eine Demo für alle, dachte ich. Nein, für Sie nicht. Hä? Reden wir über sozialen Wohnungsbau. Reden wir über sozialen Wohnungsbau. Haut ab hier. Ihr seid hier verkehrt. Haut ab. Was glauben Sie denn? Was ich glaube? Was es schwierig ist, mit Ihnen zu reden. Warum keiner mit Ihnen reden möchte. Weil ich bei der AfD bin, glaube ich. Vielleicht sollten Sie ja austreten. Dann reden Sie mit mir? Ja. Aber kann man nicht über Themen reden, unabhängig, wer mit Ihnen spricht? Ja, klar. Genau. Klar kann man über Themen reden. Also nur die Frage, warum sind die Mieten so hoch? Warum steigen Sie immer mehr? Gehe? Weil man die Privatisierung... Ja, Sie wollen sich selber entscheiden, ob Sie was haben. Raus hier, raus hier, raus hier, raus hier! Hau ab, hau ab! Hau ab, hau ab! Der WDR hat das alles mitbekommen, ist doch toll. Du standest ja schon auf Facebook, wir wissen schon, wer du bist. Mein Kameramann im Auge halten, weil der ist mindestens so wichtig, wie ich. Hey, Moment, hey, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Okay, Wunderheilung des Wohnungsmarktes durch Handauflegen auf die Kamera. Es entstehen sekündlich neue Wohnungen, sobald nur Hände vor uns sind. Ja, genau, und durch Beleidigungen auch noch. Damit sie endlich mal verschwinden. Wohin denn? Ja, möglichst weit weg. Ist das nicht für alle hier? Im Loch, wo sie gekrochen sind. Im Loch komme ich, ich komme aus dem Loch. Hier aus dem Loch sind sie gekrochen. In der Tat würde ich gerne über das Thema Wohnen sprechen, über das Thema hohe Mieten und auch über was die Ursachen sind, nämlich eine übergroße Nachfrage. Viele Leute strömen in die Städte, ein großer Punkt, Schwarmstädte, gerade große Städte, gleichzeitig einen großen Zustrom und ja, genau, auch aus dem Nicht-EU-Ausland. In den letzten Jahren, seit 2015, sind knapp über 300.000 Flüchtlinge nach NRW gekommen. Auch die müssen untergebracht werden, auch das verschärft die Wohnungsmarktlage. Und auf der anderen Seite haben wir das Problem Angebot im Markt. Das Angebot wird immer teurer, durch energetische Vorgaben, durch Bauauflagen und, und, und. Wir sind gespannt, in NRW braucht man knapp 80.000 neue Wohnungen pro Jahr, so wird geschätzt. Aktuell waren es letztes Jahr knapp 45.000, also eine große Lücke. Und über all das, was den Markt sozusagen in Schieflage bringt, zu viel Nachfrage, problematisches Angebot, über das hätten wir heute sprechen wollen. Bisher war es nicht möglich, aber wir danken der Polizei, dass zumindest jetzt noch ein paar Aufnahmen möglich waren. Und lassen es für heute gut sein und machen morgen weiter.